Hubschrauber im Anmarsch. Das sind die ersten Tandemspringern, die jetzt kommen, mit dem sogenannten Tandem Master. Und wie ich das gerade erkennen kann, können immer nur zwei hoch und wieder runter. Weil der Hubschrauber hat ja nur begrenzt Platz. Das ist ja vier Personen. Jetzt kommt der Landeanflug. Und die Leute, weg bei runter, gehen natürlich immer dahin, wo die meiste Bewegungen stattfinden. Also ganz schnell hier hoch gucken, wo der Lande. Natürlich für die Kinder super zu sehen. Na kommst du an. Sofern spektakulär, da es ein Hubschrauber ist. Der bleibt jetzt natürlich an. Und jetzt gehen wir rein. Und dann geht direkt wieder die Luft. Und jetzt geht's wieder los. Gucken wir uns gleich mal die Landung an. Gucken wir uns mal die Landeanflug. Na taten Mai. Das ist ja schon mal die Landeanflug. Und dann geht's noch mal die Landeanflug. Vielen Dank. Vielen Dank.